Digitale Arbeiten auf unserer Baustelle beginnt eigentlich schon in der Arbeitsvorbereitung mit den Zeichenprogrammen. Da werden die Pläne digital aufbereitet, später dann für die Maschinen vorbereitet und für die GPS-Technik, die wir hier einsetzen. Ich bin der Manuel Schmidt, Bauleiter im Tief- und Rohrleitungsbau bei der Firma Kasseck. Wir sind hier auf unserer Baustelle in Bayreuth, die Erschließung eines Neubaugebietes. Wir sind hier zu Gange mit Erdarbeiten, stellen einen Kanal her, Wasserleitung und später dann auch den Straßenbau. Mit der Firma Seitec haben wir einen Partner, der uns bei der digitalen Abwicklung der Baustellen unterstützt. Das beginnt bei den CAD-Programmen, mit denen wir die Daten digital aufbereiten. Für die Absteckung verwenden wir beispielsweise den Roverstab zusammen mit dem TSC 7. Auf den Backern wie auch auf der Raupe haben wir Trimble Earthworks verbaut. Besonders bei der Baustelle im Einsatz haben wir auch die Drohne. Mit der können wir relativ kurzfristig das ganze Baufeld aufnehmen und haben sofort einen großen Datensatz. Die Drohnenflüge werten wir aus mit der Software Trimble Stratos Powered by Propeller. Der Vorteil daran ist, dass wir alles aus einer Hand haben, von der Arbeitsvorbereitung bis zur Auswertung. An der Zusammenarbeit mit Seitec schätze ich persönlich die kurzen Dienstwege, sowie die Unterstützung bei Fragestellungen oder bei der Einweisung in neue Produkte. Für uns ist es bereits in der Arbeitsvorbereitung große Zeitersparnis, wenn wir die Daten digital aufbereiten können. Es ist auch ein einfacheres Arbeiten auf der Baustelle. Es läuft alles viel mehr über das Baustellenpersonal selbst. Das datengestützte Arbeiten erleichtert uns die Prozesse untereinander und gewährleistet uns und unseren Auftraggebern Revisionssicherheit. Das war's für heute. Das war's für heute. Tag einecuhe an. Candy, Jack and see you. Dial Agricere upon. Partito How ài